Schuhtechnisch auf sich zu achten, ist in den letzten 100 Jahren irgendwie verloren gegangen. Ich erkläre euch gerne, was ich damit meine. Unsere Großväter haben noch etwas auf sich gehalten und einen maßgefertigten italienischen Anzugsschuh getragen. Der war ihnen sehr, sehr wichtig und den haben sie gehegt und gepflegt. Heute tragen viele Menschen einfach nur einen weißen Schuh. Das finde ich absurd, denn der Schuh macht so viel von deinem Outfit auf. Und niemand würde in ein Geschäft gehen und sagen, gib mir eine blaue Hose. Egal ob Jeans, Stoff, Guinea oder Baggy, ich nehme sie. Warum machen das dann Leute bei Sneakers? Ein Sneaker steht ja für so viel mehr. Seitdem ich mich 2016 das erste Mal damit auseinandergesetzt habe, musste ich nie wieder einen Schuh wegschmeißen. Da ich weiß, ich komme nicht mehr so einfach dran, passe ich halt auf. Und bei bewusstem Sneaker-Konsum ist ja auch der Weg das zieht. Ich liebe den Lost in Found über alles, weil ich das erste Mal die Möglichkeit hatte, einen Chicago für unter 1000 Euro zu kaufen. Darauf habe ich einfach sieben Jahre gewartet. Und kein Rap-Kiddy wird so glücklich mit seinen Fakes sein, wie ich mit meinem ersten Chicago.